Eine gute Holzpflege schützt und pflegt das Holz bei täglicher Beanspruchung. Hierzu verwende ich die Holzpflege von Gemakko. Die Holzpflege gebe ich auf die blaue Faser und verteile sie gleichmäßig auf der gereinigten Holzoberfläche. Nach kurzer Einwirkzeit poliere ich mit einem trockenen und sauberen Profituch nach und entferne überschüssige Holzpflege. Bei empfindlichen oder antikem Holz an unauffälliger Stelle testen. Viel Spaß bei der Pflege von deinem Holz!